Hallo, zufriede, freude, Smartphone. Das hier ist Ihr iPhone-Kurs und heute machen wir zusammen die Aufgabe 4. Das Smartphone schaltet sich selbstständig ab, wenn es nicht genutzt wird. Stelle den Zeitraum auf 5 Minuten. Das kennen Sie wahrscheinlich auch, dass der Bildschirm sich abschaltet, wenn man ihn eine Weile nicht benutzt hat. Der Bildschirm hier, das ist der größte Stromfresser und deswegen, wenn Sie Ihr iPhone eine Weile nicht nutzen, dann schaltet es sich selbstständig in den Standby-Modus. Das geht manchmal viel zu schnell und deswegen kann man den Zeitraum, bis es sich in den Standby-Modus schaltet, einstellen. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie das geht. Als erstes müssen wir dafür die App Einstellungen finden und öffnen. Hier ist meine App Einstellungen. Ich tippe darauf und bekomme jetzt eine Liste von Anwendungen. Sie suchen nach der Zeile Anzeige und Helligkeit. Tippen Sie mitten auf die Zeile. Und ja, bei mir steht es auf 30 Sekunden. Das heißt, nach nur 30 Sekunden schaltet sich mein iPhone dauernd ab. Das ändere ich jetzt. Ich tippe also auf diese Zeile automatische Sperre und habe jetzt eine Auswahl zwischen 30 Sekunden oder nie. Nie möchte ich nicht einstellen, weil wenn ich es dann einmal vergesse abzuschalten, würde es so lange laufen, bis der Akku leer ist. Ich nehme hier 5 Minuten. Das gibt mir auf alle Fälle genügend Zeit für die Aufgabe. Links oben befindet sich der Pfeil, der Sie immer wieder zurück zur vorherigen Seite bringt. Ich tippe einmal, jetzt bin ich wieder bei Anzeige Helligkeit. Ich tippe nochmal und bin jetzt bei der Übersicht aller meiner Einstellungen. Wie kommen Sie zurück zum Startbildschirm? Richtig, mit Ihrem Homebutton. Oder wenn Sie ein ganz neues iPhone haben, ziehen Sie von unten nach oben. Wenn Sie sich die Folge zum Homebutton nochmal anschauen wollen, hier links oben, da ist so ein kleines I und wenn Sie da drauf tippen, da habe ich die Aufgabe 1 für Sie nochmal hinterlegt. Ansonsten sehe ich Sie zur nächsten Folge und da zeige ich Ihnen, wie Sie mit Ihrem iPhone telefonieren. Bis dahin, tschüss!